herzlich willkommen auf multilaser und wir haben den 8 dezember und ja ich bin gespannt was bekommen heute zum achten es sieht aus als könnte es wieder ein reifen sein und ich bin gut es ist tatsächlich wieder ein reifen ich weiß nicht ob ich den weg mir sparen soll hierher aber wir gucken trotzdem mal nach es ist der reifen ok bis zum neun was soll ich ja was also dieser kalender bietet eine unterhaltung das ist ihre ja man muss es ja auch irgendwie also ich muss mal kurz zu verteidigung sagen man muss es irgendwie ja machen und ist okay ist okay ich hätte mir jetzt schon ein paar schraubarbeiten gewünscht und so aber das wird noch kommen gut bis morgen